Junimarkt auf dem Pfullinger Marktplatz. Von 8 bis 17 Uhr boten die Markthändler ihre Waren feil und das bei schönstem Juni-Wetter. Die Besucherinnen und Besucher hatten dann wieder die Chance nach Haushaltswaren, Lederwaren, Schuhen, modischen Accessoires oder Süßwarenausschau zu halten. Der nächste Pfullinger Krämermarkt wird am 28. September dann der Michaelis-Markt sein.